Ich schicke die Noten, die Link... Holy shit! Silly, Fahrzeug unter uns. Ja, Sissi. Silly, gehörst du mich? Ah ja, sorry, ja. Mal schauen, Snipe. Silly, müssen wir noch in die Zone. Nein, nein. Wir haben hier schon die Zone. Ich will jetzt aber noch weg diesen Wichsen dort hinten schauen. Bitte peat nochmal. Der würde so auf die Fresse bekommen, wenn er peat. Fahrt der einfach Shield Popo 54 mit. Ich muss halt mal schnell schauen, ob jemand schon zuschaut. Willst du? Ich bin gerade so weit. Keine Angst. Wir müssen die Zone. Wir müssen die Zone. Ja, wir müssen die Zone. Wir müssen die Zone. Nein. Hit. Ich weiss. Not. Holy shit, das ist ein Clip! Das ist ein Clip! Genau wegen diesem Stream, ich weil ich einfach gut bin. Aus diesem Hütchen hinten dran. Der hat mir Shit Pop gegeben. Ich habe einen Rocket Launcher. Ich lasse ihn liegen lassen, oder? Nein, nein. Wir müssen, wir müssen. Bravo, Semi. Oh mein Gott, ich habe einen Monotop gehabt. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Komm, wir müssen weiter, Semi. Kommen wir schnell Ghost. Komm, komm hier an den Stein. Oh, ja, die Sniper dort. Sniper? Er ist mir Sniper Munichef. Äh... Nein. Oh fuck! Oh mein Gott, Semi, Semi, Semi. Warte, wir sind hinten hinten. Ey, aber nice. Jojo. Das finde ich auch scheisse. Da hört man die Leute nicht. Ich höre zuerst, wenn sie so übelnöch sind. Jojo. Das ist jetzt schon so. Spiel und Party verlassen. Nein. Äh, warte. Nein, 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 warte. Sorry. Ähm, ich höre dich kurz nicht, Semi. Ich muss ganz kurz etwas einstellen für den Stream. Aber warte, ich kann sonst mal noch einen Link zu meinem Stream schicken. Falls dich interessiert. Jojo. 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 Also... Eher weniger. Weil... Ähm... Okay, jetzt mal hier. Muss ich nicht noch einen Stream halten. Jo, nein, nein. Aber einfach... verdienen. Kannst du gerne, aber auch gar nicht nur. So... Ich muss sagen, seitdem ich mit dir spielen will, heute fühlt jeder Shot und Slaut werden besser. Ja. So leicht zu tun. Let's kill unten. Okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Warte, zu teilen. Warte, du kannst mich auf YouTube exactamente verliessen. Ja. Warte, ich muss schicken. Ja. Meine przedstawi ich jetzt zum Beispiel. Du kannst dich jetzt anbünen. Ja, du kannst dich damitfehlen. So ist das einekiej Geschichte? Jetzt gibt es das Mikrofon nicht mehr zu tun, aber nur ein ganz bisschen, weil ich will es in meiner Fressung haben. Und wer hältst du jetzt alles? Ähm, momentan ist glaube ich nirgends gerade drin. Kann man schon donate? Ähm, ich glaube im Fall nicht. Ich glaube ich müsste es noch einstellen oder so. Und es würde dann vor allem nichts kommen. Also du würdest ja nicht so eine... Aha, so eine Art. Ja, aber du kannst ja alles einstellen. Ja, ja, aber das muss man jetzt noch mit der Zeit machen. Also über die Summefair würde man sich so das Ruin-Zeug mal richtig fertigstellen. Mit so allem drum und dran. Ruin-Deck und so, ganz schön. Ja, ich glaube so professionell. Ja, das ist schon nicht, aber... Ich lasse dich mal das rauslauten, dann gehe ich schnell runter. Also ich habe fertig gelautet. Nice. Schnell gegangen. Oh, künstliche Träume. Ja, weisst du los, wenn du mir so diese Namen sagst, kann ich dir nicht sagen, was für eine Waffe ist und ob die gut oder schlecht ist. NATO. Ah, ja. Die ist okay, ja. Ähm, Bro, im langen Gebäude sind sie wieder... Willst du auf Chili gehen oder willst du auf Pushen? Ja, wir können schon Pushen. Okay. Achtung, geht nach vorne. Wo? In diesem Gebäude da. Schon? Okay, aber dann... Da ist nichts drin. Äh, da ist ja nichts. Also. Nein, Dings. Äh, ich habe Dings, äh... Wie heisst das oben? Der Roti. Da, da, da! In uns, in uns, in uns! Not! Gerade vor, vor der Tür. Aber ich habe doch welche gehört. Ah, ja. Die künstlichen Träume sind im Fall echt gut. Ich habe den eliminiert. Da, da, da! Da drauf ist einer. Da drauf ist einer. Kommst du auch mit? Ja. Ich gehe jetzt holen. Jetzt kommst du hier. Aufs Glender. Und dann oben drauf. Ich hoffe, du schaffst es. Nein, ich bin okay. Nicht so schlimm. Versuch es nochmal. Oh ja! Der, 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 der ist dahin. Ich gehe einfach runter. Der ist auf der Polistation hier. Oh, Auto kommt da auch noch. Auto verpiss ich wieder. Perfekt. Eben, die, die sind da im Gebäude, gerade neben und so. Da läuft das sicher. Ja, ich, ich würde vom Ding... Ähm, von diesem Hangar da. Von dort. Oh, Semi, Semi. Wo, 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 wo? Ich habe einen. Ich habe einen. Für mich ist es nochmal. Ja, es ist noch zwei. Einen habe ich. Ja, fuck. Ich habe keine Chance gegen die. Also, besser gesagt, gar keinen Bock gegen zwei Zweiten. Ja, da sind noch mehr Leute. Ja, da sind noch mehr Leute. Ja, die, die fighten. Ich habe den Gulag verloren. Mhm. Ich schaue mal, was ich da habe. Ich fange nochmal mit. Ah, ich komme fucking mit, Alter. Komm, fuck it, Alter. Ja, das ist noch mehr Leute. Hm. Ja. 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 Hier ist es noch eine Sache. Warte, Alter, das hat ja eigentlich... Hat er etwas reingeschrieben? Hat er etwas reingeschrieben? Oder wieso weisst du es? Was soll ich heute? Nein, ich habe ihn mitgelegt, da soll ich mich auch schauen. Oh, ja, ich bin Soldat. Da konzentriert man sich einmal nicht und dann... Okay, ich habe das... Da... Also jetzt, jetzt schaue ich gar nicht zu. Also... Also... Da kann ich sogar looten und kauf die da nicht hin. Lull, ich habe gerade dieses Duin. Und... Ist... 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 Great! Ist... 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 Was können wir noch verbessern, deine Meinung nach? Oh jetzt, geh noch ein wenig Cash, und dann haben wir schon wieder... Gibt es etwas, wo du sagst, das können wir noch verbessern? Green screen. Ja, das habe ich mir auch schon geleitet. Ich glaube, ich gönne mir einfach gar nicht so billige Dinge. Wie nehm ich das? Oh mein Gott, bitte, die Chest-Oper muss ich auch gönnen. Hier, safe. Yes. Sami, there you go. Du kannst auch wieder auf der Kiste landen. Oder lande oben der Kiste und warte, bis ich dort bin. Warum muss ich landen? Äh, zieh mal den Schirm und den Ort auf der Kiste dort. Nein komm, kannst du gerade auf der Kiste, die sollte safe sein. Nein komm, komm jetzt hier. Hier, Anno. Ja, ich habe hier schnell eine Waffe geholt. Ja, 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 ja. Ich komme raus. Ja. Bro, pass auf. Ich bin schon auf dem Weg. Fight den nicht zu hart. Fight den nicht zu hart. Er kann dich fahren. Ja, ich weiss. Einer oder zwei. Nur einer. Ein Ghost. Nur einer Shotgun. Einer Noctur. Es ist nur einer. Es ist nur eine andere. Es ist nur eine andere Karte. Aha. Es ist nur eine Karte. Es ist nur eine Karte. Hier, ich bin noch eine Karte. Ich habe den Schirm genommen. Ich bin dann auf der Karte. Auf mich oder? Ja, save. Ich fliege gerade nochmal hier her. Ich gehe mit denen hier in die Sache. Jawohl. aber eben du kannst sonst warte ich kann mal schauen der hätte jetzt nicht so heftige Waffe gehabt also land lieber auf der Kiste da vorne oh Schüsse aber ich weiss nicht von wo ja bro ich habe Schüsse von ihm aber ich weiss nicht von wo also jetzt komme ich hoch ja mhm was hast du jetzt? brauchst du noch eine Mumie? ich würde gerne von was? ah ja ähm da ich weiss nicht brauchst du noch eine Platte? komm komm da ich nehme dann seine Sniper mit Platte ich habe das Gefühl irgendwo da vorne dort was ist das? eine Leiche? ich habe das Gefühl irgendwo da vorne hat es Leute ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl hm im da hinten ist eine Rauchgranate zentropare wo 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 wo? schon im Haus oder? Bist du sicher? Ah nein, aber ich weiß gar nicht was du meinst. Ah, das ist ja, ich treffe die Kritik von der Sonne, was du gemeint hast. Wir können sonst mal da vorne hin und chillen. Geh mir meine Waffe hin. Willst du jetzt eher offensiv spielen oder eher chillen? Nein, posten. Okay. Du willst wissen. Ich habe ihn auch nicht. Schauen wir mal hier eine Vorzeit. Wird im Fall nicht. Oh nein, Spreizei. Der sieht uns nämlich eh der Schwanz. Dort ist jemand. Das kann gut sein, dass es irgendwo vor und in den Häusern ist. Wir können jetzt eben wieder den Auftrag annehmen und dann ein bisschen chillen. Weil der Brand wird dick geschenkt. Wir können uns jetzt da in der Hütte hin. Also jetzt sieht uns wieder jeder Schwanz auf der Map. Dort vorne. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Wo дальdu. Woher will der? Achtung, 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 Achtung. Komm mit, komm mit. Ja. Bist du da? Hinter dir. 23 Meter. Ich glaube, das ist der genockte. Hat er genockt? Kannst du ihm seine Waffe nehmen. Da wo? Ich habe eine Waffe. Der hat alles möglich gemacht. Schau mal, ob ich der Maid... Der Maid ist vor allem weggerannt oder was? Ich weiss nicht, was er machen wollte. Der ist da hinten gerannt. Aber, ja, ja. Ich würde jetzt auch ein wenig aufpassen. Wir sind nicht immer noch von allen auf der Map markiert. Ja. Hast du jetzt auch ein Snipe bei ihr? Ja. Perfekt. Ja. Langsam habe ich eigentlich wieder mein AIM zurück. Endlich. Ich scanne nochmal die ganze Zeit. Ja, in 15 Sekunden ist der Ding weg. Dann können wir eine Drohne holen. Da vorne ist dein Chest, ich will die. Mhm. Oh nein, das ist so eine... Weltbammer. Ja, aber schau jetzt... Jetzt... Kaufe dir eine Drohne. Weiss, ok. Perfekt. Ähm... Du sie noch nicht aktivierst, oder? Aber wenn du sie aktivierst, siehst du in einem Umkreis, wo die Gegner sind. Wenn sie keinen Geist haben. Aber komm, wir gehen mal weiter. Du bist mit einem Sturmgewehr schneller. Du bist mit einem Sturmgewehr schneller. Du bist mit einer SMG noch mal schneller wie mit einem Sturmgewehr. Ähm... Wenn wir... Wenn wir auf dieses Gebäude dort arbeiten. Ah nein, warte. Das Gebäude ist dort gar nicht so geil. Es ist... Ich muss das schnell suchen. Ah fuck, das ist gar nicht das. Ähm... Ja, dort vorne wäre eh mal geil. Nein... Hey Bro, laufe nicht so weit weg von mir und alleine rum. Wenn du rauf willst. Mh... Nein... Es ist doch nicht so gescheit. Aber das Problem ist, dass die Gebäude da oben sind, und die sind halt höher. Und die können die dann einfach wegflexen. Aber wir könnten da drauf. Das wäre echt noch nice. Aber ey, Bro, Bro. Du bist mir schon wieder viel zu split. Also komm, komm, komm. Ich sitze mit. Aber dir. Ja, jetzt. Ich sehe ihn jetzt auf der Map. Also auf dem Sensor. Rein da. Ohne. Aber da oben, bevor du raus gehst, chill noch ganz schnell. Chill noch ganz schnell. Gehst du niemand zu? Ähm... Hast du irgendeine Erneuerungsmine oder Claymore oder so etwas? Nein. Ähm... Ja, Sinan, chill. Ich weiss. Ähm... Ich habe den Sensor nur mal rein, weil ich Solo gespielt habe. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr geswitcht. Also Sinan hast du bei der WM zuschaut. Aber du spielst auch nicht mit Sensor. Was? Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Nein, Sinan, Sinan. Der Snipe ist zu x-en, Sinan. Ähm... Ich habe zwei Shieldpops da vorne im Kiler. Ein Schuss. There we go. Schade. Eine nice Z-Zone. Nice. Doch, im Solo brauchst du einen Sensor. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Passt noch. Hat er den G. Da kann Sinan... Ich finde, im Solo ist eigentlich schon nicht schlecht. Äh... Dort hinten der Truck. Ey, da... Sinan... Ey, Hutzali! Geil, dass du am Schauen bist. Weißt du... Ich sehe gerade nicht, wer da drin ist. Wegen dem habe ich nicht gewiss, dass du jetzt wieder schaust. Es geht nicht mehr schön, aber... Oh! Von dort Sniper... Sniper und Rocket. Ein Hit. Ich habe ihn genommen... Oh! Holy Shit! Also Sinan... Das... Da... 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 Da ist... Da ist nicht viel vom Kopf... Er hat rausgelöst. Nice! Ich habe Illin bekommen. Nein, ich... Ich... Ich muss jetzt nicht rumschreien. Hier... Oh! Hinter uns, Sami! 22 Meter, Sami! Was ist 22 Meter? Und uns irgendwo... 16 Meter... Nein, ich glaube auf der Strasse... Wo? Wo? Dort unten! Oh! Oh! Äh... Kannst du mich schnell hoch holen? Nein. Doch! Komm! Alter, der hat mich so glasert von unten. Das ist jetzt kein Fachzweig seh... Das ist jetzt kein Fachzweig seh... Also Gas kommt... Bäh... Das ist ein Rassistisches Spiel, Alter. Glaubt, die sind unter uns. Ich bin links radikal. Aha! Äh... Es kommt irgendwo hoch. Oder weiss ich... Die... Halt... 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 Chill... Wir haben... Halt... Wir haben eine Ecke noch in der Zone, das ist gut. Ba ba posi, ba ba posi! Ba ba posi.. Dann gehen wir einfach aufs nächste Gebäude dort. Ja ja, wir können jetzt... Oh! Von uns ist das! Oh ja... Von dem Roten dort hinten ist das... Männ... Männ... Wir schaffen... Oh ja! Nein, ich bin hier. Hast du die Platte? Ja, nein. Mit mir müssen, komm. Ich hoffe, das reicht auf diesem Gebäude. Lingt fett nicht. Hallo. Warte, fuck. Wir sind im Falle Wut gefickt. Äh, fuck. Was sollen wir jetzt machen? Die dort oben, so papaposi. Wir müssen hier rein. Also, run. Oh, unangenehm. Arschloch, von hinten. Ja, pscht, pscht, pscht. Du hast noch die Plates, oder? Nein. Warte, komm. Plattenkiste. Warte, komm. Okay, wir müssen in die Zonen. Hey, hinten, hinten. Da, da, da. Du musst auch in die Zonen, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, schade, aber richtig neisse Hunde. Hey, Sammy, du musst mal den Hut grüssen. Was? Du sollst den Hut grüssen. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, musst du jetzt noch mal sagen. Vor der hat er gar nicht gehört, weil ich mit ihm gewesen bin. Ich grüsse Aron Hut, also an Will. Haha. So, also hey, ich wünsche dir einen schönen Seil. Ja, voll. Dann aufnehmen. Tschüss, tschüss. Schöne, ja. Wenn jetzt nicht mehr da ist, dann gehe ich auch auf. Wenn aber noch da ist, dann bleibe ich. Aber wo zum Fick ist das Screen? Hier. Du. Wer ist der 1, 2, 3, 1, 2, 3? Kann mir das noch etwas sagen? Oder halt. Du selber, wer du bist. Der 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. 1. 2. 2. 3. 4. 24. 25. 15. 22. 22. 26.